So, holli hallo, herzlich willkommen zurück zu Nils Worts zum Sonntag. Ja, hier ist eine weitere Woche geschafft, würde ich mal sagen. Hier ist jetzt Sonntag, ich habe heute aktuell den Samstagmittag, so ungefähr 15.30 Uhr. Eigentlich sollte ich das gestern machen, aber gestern war ich noch bei meinem Dad. Ja, weil, ne, Feiertage etc. Ihr wisst ja, ihr wisst es ja. Ja, damit, hallo, herzlich willkommen zurück bei Nils Worts zum Sonntag. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei dem guten Wilkus, ich glaube ich spreche es so aus, weil der hat letztens unter meinem ersten Video schon einen Kommentar geschrieben. Er hat nämlich geschrieben, mega der Much. Ich weiß nicht, was er mit Much genau meint, aber das Herzchen, das habe ich verstanden. Naja, 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 vielen Dank dafür. Ja, was kann ich denn so ein bisschen erzählen? Ich mache es wieder ein bisschen random. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber die sind auch nicht wirklich informativ für mich. Aber vielleicht für euch. Ja, mit dem blöden Kuli, der geht mir sonst auf den Keks. Äh, diesmal heute ohne Tee, denn ich habe keinen Durst. So ist es. Ja, was kann euch, äh, oder was können wir drüber sprechen? Genau, ihr habt jetzt im Endeffekt, äh, jetzt am Sonntag, ihr bekommt ja heute, heute schon die letzte Folge von Devoa. Devoa, so wie man es aussprechen will, man weiß es immer noch nicht. Ja, wie habt ihr es gefunden? War es schön? War es? Also wir haben schon einiges an Feedback zurückbekommen, ja? Ja, safe, safe. Äh, viele haben auch recht mit das, was sie, äh, geschrieben haben, aber viele wüssten, glaube ich, auch nicht genau, was wir eigentlich mit unserem ersten Video, glaube ich, machen wollten. Von daher, also uns war es wichtig mit dem ersten Video, also ich erkläre kurz ein bisschen was dazu. So, diesen ersten Video, also von Devoa, das Projekt Devoa, sollte nicht horrormäßig gestaltet werden. Das soll es nämlich ganz und gar nicht. Das sollte im Prinzip sehr doll witzig gemacht werden und, und auch geschaut werden, wie die Cutter im Prinzip damit arbeiten, etc. Das war im Prinzip so, so ein Prinzip ist Kennenlernen, ein Kennenlernen-Video im Bereich der Aufnehmer-Crew, also Karo, Alex und mir, und den guten Cutter. Und das haben sie sehr gut umgesetzt, sehr gut sogar, mehr als wir eigentlich erhofft haben. Äh, selbstverständlich haben wir euren ganzen Feedback, den wir so mitbekommen haben, den werden wir natürlich umsetzen in den zukünftigen Projekten. Ihr dürft euch schon mal drauf freuen, weil ab nächster Woche, nächste Woche, ab Mittwoch und Samstag kommen neue Projekte. Einzelprojekte diesmal, Einzelprojekte. Aber ihr dürft gespannt sein, was euch da so erwartet. Ich will ja noch nicht so viel verraten. Noch nicht so viel. Ich hoffe, ich verrate auch echt nicht so viel. Naja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ihr habt gestern das letzte Video von Devour erst mal gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt nochmal gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch gerne unter diesem Video, wie ihr es gefunden habt. Das ganze Vier-Part-Projekt. Ja, das war ja aus Vier Parts jetzt. Wie euch dieses kleine Projekt gefallen hat. Ja, wir wissen, es ist sehr schwierig hinterher zu kommen, wie und wo was passiert. Aber wenn man das Spiel halt, sag ich mal, also wenn man dem Bauer ehrlich rangeht, dann mal die erste Runde verkackt oder vergeigt, dann kann man das, sag ich mal, in ca. 15 Minuten tatsächlich hardcore durchspielen, wenn man das echt zu krass ernst nimmt, das Game. Aber das haben wir nicht gemacht. Wir wollten, wie gesagt, ganz entspannt gucken, es lustig halten. Und ich glaube, das ist es auch hoffentlich ganz gut geworden. Also ich bin zufrieden, meine Crew ist damit zufrieden. Ja, mal schauen, wie es dann wird. Und wie gesagt, die nächsten Projekte, die werden ein bisschen, da wird euer Feedback auf jeden Fall mit einfließen. Das haben wir schon gesagt. Wir achten jetzt auch viel, viel mehr drauf, auf Kamera etc. Deswegen sollte, glaube ich, die von Qualität, glaube ich, heute nichts zu Wort von Sonntag ein bisschen besser sein als letztes Mal. Deswegen habe ich auch mein Headset auf, weil meine Stimme war letztens nicht ganz so nice. Aber jetzt mache ich es, wie gesagt, hier drüber. Mal schauen, was der liebe Katja zu mir sagt. Weil da sagt er immer so, ey Brudi, deine Kamera ist wack. Und ich weiß nicht, ich habe eine echt wack Kamera, aber ich habe aktuell auch nicht die Möglichkeit, mehr ein bisschen besser zu holen. Aber das ist mir auch ein bisschen egal. Weil ich habe ja noch eine andere Option, die nutze ich gerade. Das nennt sich Handy. Das gute Handy. Naja, was gehöre ich denn das zu? Ja, über die letzte, im Prinzip über die Woche jetzt. Über die gute, gute, schöne Woche. Schön trifft es gut, denn wir hatten echt krass Sunshine, auch jetzt gerade draußen. Maschallah, es ist mega nice Wetter. Ich war heute auch wieder fix running. Ich mache ja wieder aktuell ein bisschen mehr Sporty, Sporty-Kursen. Und das war echt geil. Es war noch ein bisschen fresh. Heute, ich wollte sagen, heute Samstag war noch ein bisschen fresh. Aber das Wetter war geil. Das hat mir gefallen. Ich glaube, seit Dienstag oder so. Dienstag, Mittwoch war geiles Wetter. Also Montag, hm, hm, hm. Dienstag, Mittwoch war nice. Donnerstag wieder so, hm, hm. Freitag so, gestern so, ja, so nicht schön, aber auch nicht schlecht. Also so ein Mischmal schon heute ist wieder so, Sonne, Sonne ist da. Auf jeden Fall, Sonne ist da. Schönes Aprilwetter. Pover April, ich wünsche euch allen die frohe Ostern und so. Ne, he, he. Ist ja, ist ja, ja. Guten Feiertage, langes Wochenende genießen, etc. Ich genieße meins auch in vollen Zügen, denn ich habe wieder viel zu viel geschlafen. Yay. Oh, Mann, ey. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sage ich da nur. Ja, was kann ich denn euch noch erzählen? Ich hatte diese Woche eine kurze Woche, also vier Tage Woche, was ich, ich hatte Fortbildung. Ich habe meine Fortbildung, bin noch in der Ausbildung im Bereich Mechatronika, im Bereich Keltetechnik, sage ich mal. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, geht es gerne Google. Aber um es kurz knapp zu behalten, ich kümmere mich um Klimaanlagen, Lüftungsanlagen, Kälteanlagen, etc. Aufbau, Abbau, Service und so weiter und so fort. So, wir hatten unseren allerersten Elektrokurs, unser allererster Elektrokurs. Und der war richtig, richtig cool, weil unser Ausbilder, sage ich mal, unsere Lehrkraft, die wir da hatten, das war jemand, der hat schon viel Erfahrung gehabt, weil der aus der Bundeswehr kommt. Der war auch schon zweimal, sobald ich verstanden habe, in Afghanistan, ja. Und ich konnte es noch nicht lassen, ihn ein bisschen auszuquetschen und es war sehr, 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 sehr informativ. Also richtig nice, der Dude. Das hat echt Spaß gemacht mit ihnen, auch der Unterricht allgemein. Auch wie er alles erklärt hat, etc. war top, muss ich sagen. War echt geil gemacht. Und ich habe einiges mit ihnen besprechen können und an coolen Stuff hören können, wie es halt da so abgeht. Auch in der Bundeswehr, auch wie es in Afghanistan abgeht. Oder auch in der Tschechischen Republik, sagt man das, glaube ich, so. Ich weiß es nicht, ich bin nicht so da so, bin da nicht so da so krass angehaucht, was das so trifft. Auf jeden Fall in diesem ganzen Umkreis, da war er und hat einiges dazu erzählt, wie es da so abläuft. Was so da im Prinzip sein Alltag war. Wie gesagt, er war auch Elektrotechniker, auch im Bereich Kältetechnik. Hat aber noch viel, viel Stuff mehr gelernt, also Hut ab, was er das schon gemacht hat. War auf jeden Fall ziemlich geil, mit ihnen zu schnacken. Ja, wie ist der Lehrkurs sonst gelaufen? Hat sich jemand interessiert, ganz gut. Der war ganz entspannt, ganz entspannt, wir haben ein paar Schaltungen an die Wand geklatscht. Natürlich auf Sauberkeit, der selber geachtet, dann hier ein bisschen darüber was gelernt. Und wie ich abgeschlossen habe, könnte ich auch erzählen, aber dann muss ich den Schreiber wieder raushängen, weil ich habe überall einen Eins. Ja, sorry, das ist sehr... So schwer fand ich den Lehrkurs aber auch nicht, wenn man so ein bisschen Background-Wissen hat, dann geht das ganz gut fit, dann kann man damit ganz gut klaren. Das ist eigentlich nur noch schön, sauber, sorgfältig arbeiten, sich mit Interpliieren, sagt man das so? So, ich weiß es nicht. Äh, naja, höflich sein, seine Leute helfen, seine Mitausbildenden da helfen, etc. Und dann klappt das eigentlich schon ganz gut und ich habe heute schon einen sehr guten Eindruck hinterlassen, denn wie gesagt, ich habe überall, äh, netterweise eine Eins bekommen. Äh, auch mit Hilfe meiner Mitausbildenden, also es war einmal so die Frage so, hm, zwei oder eins, zwei oder eins, dann haben halt die ganzen Mitausbildenden gesagt, ja, geben Sie ihnen ruhig eine Eins, hat er sich verdient. Also von daher wäre ohne den auch nicht überall eine Eins gewesen. Danke an die ganzen, äh, Leute, die mir da geholfen haben. Wir waren jetzt nicht viel, wir waren insgesamt, äh, sieben Leute, also mit mir auch sieben. Also hatte ich noch sechs andere Leute, die ich da ein bisschen geholfen habe, über die Schulter geguckt habe, etc. Und die waren alle, alle super, alle toll. Also war echt eine entspannte Woche, könnte ich sagen. Ja klar, eine ganz entspannte Woche war es für mich. Heute, jo, heute wird es für mich auch noch ein bisschen, ein bisschen muss ich noch was machen. Ich muss noch ein bisschen meine Butze aufreiben. Hehe, ich muss auch noch abwaschen. Hehe, ah, ich hasse Abwaschen so sehr, ne, das ist, das bleibt manchmal in ein, zwei Wochen liegen. Ja, sorry da, aber ganz ehrlich, Abwaschen ist echt Käse. Aber ich habe zum Glück nicht so viel, soweit ich gesehen habe, so ein paar Teller, ein paar, ein paar, ein bisschen Besteck, zwei, drei Gläser und Tassen. Und ein Töpfchen und so ein Kram und Pfanne. Ich habe nur eine Pfanne, deswegen muss ich eigentlich meine Pfanne jede Woche abwaschen. Sehr dümm. Naja, aber was für mal wartet, ich wohne alleine in meiner 40 Quadrat Wohnung. Und damit bin ich auch ganz zufrieden. Ja, das war ungefähr so meine Woche, was ich jetzt noch, genau, wie gesagt, gestern war ich noch bei meinem Dad, habe wieder sehr peinliche Sachen, Bilder von mir gesehen, weil jedes Mal, wenn ich da hinkomme, gibt es irgendwie immer neue Bilder von mir an den Wänden und da gab es Bilder, da war ich, ich sag mal so, da war ich jung und hacke. Hatte gut einen in dem Tee und die haben sie, meinten sie so, oh, die hängen wir an die Wand, das ist bestimmt witzig. Und ich so, nein, überhaupt nicht. Das ist, sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist mega, ich schäme mich dafür nicht so wirklich. Eigentlich gar nicht. Ich finde es immer nur, wenn man neue Leute mit hinbringt, ist es immer so, das bin ich. Aber ganz nett, ganz nett. Und ich hatte tatsächlich auch noch Besuch von meiner Schwester. Für einen denke ich so, hey, wow, Schwester, oh krass. Was ist da jetzt so besonders? Das ist besonders, weil sie ist einfach mal sechs Stunden oder sieben Stunden mit Autofahrt, wo sie einfach weiter weg ist. Deswegen ist, besonders weil ich sie locker seit drei, vier Jahren nicht mehr gesehen habe. Vielleicht auch weniger, vielleicht auch mehr. So genau das bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe sie halt wieder getroffen mit ihren Ehemann und ihrem Sohnemann. Den Sohnemann, der hat einen richtig nice Namen. Leeroy, der gute Leeroy. Der hat sehr viel Blödsinn hier gebaut. Der hat natürlich alles angefasst. Er ist in dem wunderbaren Alter, wo er alles gelaufen kann hat, als er da schon ist. Er ist also noch sehr klein. Wie genau das Alter ist, weiß ich leider gerade nicht. Habe ich nicht nachgefragt und hätte ich auch schon längst wieder vergessen, so wie ich mich kenne. Aber ich schätze mal so zwei, drei. Zwei, drei trifft es, glaube ich, ganz gut. R2 würde ich sagen. R2 auf jeden Fall da hier ganz schön Chaos veranstaltet. Deswegen muss ich das auch noch ein bisschen wegräumen. Aber war sehr nett, war sehr nett. Hab mit denen gut geschnackt. Und die haben sich auch so ein bisschen meine Videos angeguckt, was wir jetzt so produziert haben. Haben ein bisschen Feedback bekommen. Aber war ein netter, entspannter Abend, den wir uns da gemacht haben. Also war witzig, war witzig. Ja, was kann ich denn noch so erzählen? Ja, nächste Woche erwartet euch, wie gesagt, zwei neue Projekte. Äh, weil Devour geht jetzt erstmal ins, 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 äh, in die Haltestation. Weil wir haben schon gehört, es gibt da überhaupt ein neues Update mit der neuen Map und so. Dann werden wir Devour wieder ausbuddeln. Und dann werden wir es für euch spielen. Also es freut euch schon mal drauf. Wir hatten auch schon irgendwo ein Datum, aber ich hab das Datum gerade nicht im Kopf, von daher. Bori. Auf jeden Fall, nächste Woche zwei neue Projekte. Ich hab den Kuli schon wieder in der Hand, den soll ich wieder weglegen, weil ich viel zu viel mit meinen Händen spiele. Ich bin immer so, ja, brauch immer was in der Hand. Ey. Äh, genau. Nächste Woche zwei neue Projekte. Ihr dürft sie genießen. Ich hoffe, sie kommen gut an. Aber von das, was wir jetzt schon in den letzten Videos, also letzten, im Prinzip ist ja heute schon Sonntag. Heute ist Samstag. Also ich krieg erst Devour Part 4. Sehe ich im Prinzip erst morgen, Endeffekt, so wie es da kommentarmäßig und aufrufemäßig abgegangen ist. Aber ich kann schon sagen, wir haben schon deutlich viel mehr, äh, viel mehr Feedback bekommen. Oder wie, wie sagt man das? Wir haben halt mit viel weniger Aufrufen, äh, gerechnet. Aber das ist ja instant. Instant ist das, äh, krass hochgegangen. Wo wir vielleicht sagen, vielen Dank dafür, Alter. Das ist mega geil von euch. Wir haben zum Beispiel als Ziel gesetzt, äh, so erstmal ein richtig gutes Projekt, äh, ne, aufbauen machen, etc. Wir haben gesagt, so, für einen Einstieg, jo, so 20, 30 Aufrufe, das wär schick. Und vielleicht dann so roundabout 10 Abonnenten dann irgendwie, äh, kreieren. Aber ich muss schon sagen, sogar Nils Watz für den Sonntag, was mega, was ich persönlich für mega den Crab halte. Aber die Jungs wollen das unbedingt. Ich mach das auch gern. Ich hab irgendwie auch, ab und zu hab ich auch recht Bock dazu, den Content zu machen. Und ich hab jetzt auch schon, guck ich grad 42 Aufrufe auf meinem letzten, äh, äh, Video. Und halt einen Kommentar, was mich mega gefreut hat. Also gerne mehr Kommentare. Yei. Vielleicht auch mal eine Diskussion starten. Keine Ahnung, haut doch mal ein Thema raus, drüber ich nächstes Mal schnacken soll. Mach ich gerne für euch. So, und, äh, Abonente muss ich mal ganz kurz, äh, gucken, 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 gucken. Äh, bam, bam, bam. 27 Abonente haben wir jetzt. Äh, heute ist das Samstag, der 3.4.2021. Und wir haben 27 Abonnenten. Danke. Danke, 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 danke dafür. Hätten wir auch nicht gedacht. Wie gesagt, wir hatten mit 10, mit 10 hätten wir gerechnet. Wir haben, unsere Ziele haben wir deutlich kleiner gesetzt. Also, unsere Anfangsziele, wir haben noch größere Ziele. Die gehen noch, wupp, das Seil nach oben. Ich glaube, das habe ich auch schon letzte Woche was erzählt. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Äh, mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht immer so das Beste. Merkt man vielleicht auch in so einem oder anderen Spiel. Sobald ich denn, äh, nervös werde oder zu krass, äh, angespannt bin, dann ist mein Deutsch auch nicht mehr so der, das Schönste vom, vom, ne? Nicht mehr Yellow from the Egg. Aber na, ich rede, glaube ich, schon wieder viel zu viel, viel zu viel, viel zu lange. Es tut mir leid. Es soll eigentlich nur so circa 10 Minuten gehen. Aber, ich sage jetzt euch noch einen ganz entspannten Sonntag. Genießt die Feiertage. Besucht eure Eltern. Ich habe es auch getan. Das ist wichtig. Weil die müssen auch mal besucht werden. Ich tue das sehr selten. Ich bin, ich schäme mich auch jedes Mal dafür. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Man hat nicht immer Zeit. Und dann nehme ich mir wenigstens für ein paar Tage, für gestern und so, nehme ich mir gerne die Zeit, meine Eltern zu besuchen. Deswegen, schöne Feiertage. Besucht eure Eltern. Genießt den Sonntag. Bis dahin. Tschüss.